So Herr König, das ist der Zählerschrank. Die Installation war erfolgreich und das Haus ist ans Stromnetz angeschlossen. Zum Abschluss der Arbeiten besichtigen der Meister und Herr König die Anlage. Der Meister zeigt dem Kunden den fertig installierten Zählerschrank. Zudem wird dem Kunden das Ein- und Ausschalten der Hauptsicherungen gezeigt. Herr König ist zufrieden mit der Installation. Nun ist der erste Schritt zur Stromversorgung seines neuen Hauses getan. Dass keine Mängel festgestellt werden konnten, wird schriftlich von beiden Seiten bestätigt. Zurück in seinem Büro kann der Meister nun für den Auftrag von Herrn König die Rechnung erstellen. Diese schickt er anschließend Herrn König zu. Herr König hat die Rechnung für den realisierten Auftrag fristgerecht bezahlt. Somit ist der Auftrag abgeschlossen.